Jo yeah, und willkommen bei dem Video der Entscheidung. Und dann knien wir nieder und schließen uns Imperator Valkorion an oder weigern wir uns und schließen uns daraufhin halt nicht an. Also, es hat sich herausgestellt, dass er Lord Vitiate ist, unser Imperator, gegen den wir auf Zeist vorgehen wollten, welcher Nathema, also auch Medrias, und den Planeten Zeist ausgelöscht hat und das ganze Leben für sich genommen hat. Und, oh Gott, ich glaube, ich kling langsam so, wie die Leute in diesen Quizshows und diesen ganzen anderen Shows, die jede Entscheidung in fünf Minuten übertreiben. Doch wollen wir das auch? Das sieht so schön aus, das Wasser plätschert, ja, okay, es fließt. Und wir werden uns dem Imperator Valkorion anschließen. Gut. Ich gehöre zu dir, Bruder. Ja, das letzte Mal, dass ich knie. Imperator Vigiet, Tenebra, ist der Mann. Oh Gott. Jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Tenebra, sein Geburtsname, das ist einfach krank. Ey, jetzt, lass den. Du spaßt. Alter. Ah, Junge. Really? Ja, genau, das musste ja kommen. Sehr hoch, Leute. Sehr hoch. Ich glaube, hier ist 15 Minuten Warteschlange. Ehrlich? Musstest du jetzt dein Lichtpferd reinrammen? Hast du nicht schon mal gemerkt, dass du damit einen Fehler begangen hast? Naja, er wird zurückkommen, ich werde es jetzt schon sagen. Ja, wahrscheinlich hat der SW-Tor gerade so eine große Überlastung, gab es halt einen kurzen Disconnect. Was soll's? Dauert nicht lange, entschuldigt die kurzen Umstände. Und, dann geht es. Oh, ehrlich, komm schon. Das werde ich jetzt vorschulen, das ist klar. Oder gucken wir uns das nochmal an, halt jetzt. So. Ja, wir bleiben dabei. Antworten. Kumpel. So. Du bist tot. Ich akzeptiere. So. Okay, das sieht... Ach, komm schon. Das nervt mich. Irgendwer hat mich gerade angeschrieben, das werde ich gleich machen. Ah, bald wird er das auch mit dir machen. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ey, Alter. Was sollte das? Im Ernst. Ey. Ach, du Spaß, Alter. Nein. Oh ja, setz dich hin und... Ne. Setz dich hin, ernsthaft. Vielleicht geht das bestimmt so nach vorne. Na, die... Ja, nee, du bist nicht der neue Imperator. Raya! Du Lügner. Tja, kann man ja mal in deinem News-Chat gucken, was du gemacht hast. Das war ja nicht deine erste Tat. Das Umgehen der Gerechtigkeit zugeführt werden. Wir werden eine angemessene Antwort auf diesen Akt grundloser Aggression geben. Hm. Und auch die letzte Kernwelt wird brennen. Never. Genau. Fass mich nicht an den Händen an, du Spaß. Und auch die letzte Kernwelt wird brennen. Dein Maul. Krieg ich jetzt so ein... Ernsthaft? Krieg ich jetzt eigentlich auch so ein... Schönes... Schöne Carbonit-Kammer von mir selbst, so... Ja, ich folge. Ja. Spannende Wendung. Ich weiß nicht, was dir alles passieren wird. Ey, da war ich gerade so happy, dass der neue Imperator Valkorion oder der Imperator Valkorion oder Vichyade, Tenebrala oder sonst wie viele Namen er noch hat, zurückgekommen ist in so einem schönen Tomat und dann... Tja, Kapitel 1 ist fertig. Spannende Wendung. 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 Vielen Dank.